Das gleiche Trainings- und Ernährungsprogramm für alle, nach Faustformeln und ungenauen Messmethoden. Kein Wunder, dass 95 Prozent aller gesundheitsbewussten Menschen ihr Ziel damit nicht erreichen und aufgeben. Egal ob Abnehmen, Muskelaufbau oder Leistungssteigerung. Wer erfolgreich sein will, muss seine individuellen Stoffwechselwerte kennen. Und die lassen sich nur über eine Messung der Blut- oder Atemwerte ermitteln. Atemmaske aufsetzen, App starten, loslegen. Mit Deinostics Nutrition können Sie für Ihre Kunden innerhalb von fünf Minuten eine professionelle Stoffwechselanalyse über die Atemgase durchführen. Der Nutzer erfährt, wie viele Kalorien sein Körper derzeit verbrennt und welchen Anteil davon Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß haben. Das sind nun die richtigen individuellen Werte Ihres Kunden, aus denen Sie mit einem Klick eine maßgeschneiderte Trainings- und Ernährungsstrategie generieren, die Sie Ihrem Kunden an die Hand geben können. Als ideale Ergänzung zu Deinostics Nutrition können Sie mit Deinostics Performance eine professionelle Leistungsanalyse durchführen. Genauso smart und vollautomatisiert mit Trainingsempfehlungen, die perfekt zum Leistungslevel und den Zielen Ihrer Kunden passen. Aber nicht nur Ihre Kunden profitieren. Im Durchschnitt können Sie bereits ab der dritten Analyse im Monat zusätzliche Gewinne erzielen. Steigern Sie mit Deinostics nicht nur Ihre Professionalität. Binden Sie Ihre Kunden durch sichtbare Erfolgserlebnisse und profitieren Sie von der Deinostics Reichweite. Angefangen mit dem Location Finder, der Ihnen zusätzliche Kunden vermittelt, unterstützen wir Sie mit Marketing, Schulungen und fortlaufendem Support. Werden Sie jetzt Teil unseres weltweiten Netzwerks. Deinostics. Know your body. Raise your game.